Ja, liebe Leute, was geht ab und damit ein herzliches Willkommen zum vielleicht letzten Mal, das könnte jetzt wieder doch jede Folge passieren, zum vielleicht letzten Mal zurück bei Let's Play GTA 3. Ich brauche vor allem ein Auto. Hier steht sogar eins. Das Gute ist, ich ohnehin hier doch weggeschütze, ich brauche vor allem meine Garage. Hier ist eine, ja hier ist meine. Ich muss mein Auto mal reparieren, also ich will jetzt gerne mal mit dem funktionierenden Auto in die letzten Mission sein. So. So. Äh, warte mal. Ich müsste oben bleiben, glaube ich. Ja, ja, alles gut. Ach, mit deinem Scheiß Kepler. So, diese Villa da oben müsste man eigentlich kennen, oder die Ecke, da kennen wir ja. Hier haben wir ja den Lockvogel gespielt, wo es sich vorher gab, zwei oder drei Folgen. Ich glaube, diese Villa ist tatsächlich sogar der, die, die Hochburg oder, oder eine der Hochburg von den, äh, Kolumbianern, weil die sind sich auch hier niedergelassen. Und hier scheint's loszugehen. Die Übergabe. Ah, diese billigen Texturen. Die Frage ist, wie du dich bist. Die Frage ist, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst, oder? Oder um mich zurück zu holen. Ich habe eine Nachfrage für dich. Die Schreie werden dir ein Glück. Aber das war nur ein Business. Du bist sehr klein, amigo. Lass das Geld weg. Du bist ein Kind. Aber du hast es nicht gelernt. Ich bin nicht vertraut. Kill den Idioten! Patsch! In your face, bitch! Nein! Ich hatte keine Chance gerade, was zu machen. Wir müssen nämlich da raus aus dem Gebiet. Erstmal. Ah, scheiße. Gut, dass ich jetzt... Ich brauche vorhin mal ein Auto. Wo sind die scheiß Autos? Gibt es kein Auto? WTF? WTF? Da kommt was. Ja, nimm mal die Mülle da rein. Komm, gib her. Ich bin nicht mehr. Ja, das geht jetzt mit dem. Ja, das geht jetzt mit der... Sorry, Kollege, junge Dame. Da war's. Nochmal die Übergabe. So, da müssen wir jetzt raus. Oh Mann, genau, fahr doch mit der Karre weg. Gib her. Ich weiß, wo der hingeht, das ist das halt. Weil die wissen, dass sie auf mich schießen müssen und nicht auf ihre eigenen Leute. Eigentlich habe ich alle Ruhe der Zeit, alle Zeit der Welt. Das war mir so klar. Das war's für heute. Das ist echt besser hoch hier, ne? Soll das ein Zeichen? Ja, du musst ja kommen. Nein. Nein. Ich muss wieder hoch, ne? Ja, das ist auch nicht klar. Dann haben wir noch vier Minuten, sozusagen. Ah, nimm deine Mühle doch da weg, Alter. Oh, äh, ja. Jetzt muss man definitiv ein bisschen Waffen holen. Oh, we're in the sky. You can sail the seven seas. We're in the damn pool. I lost. I gotta go on vacation. Ich hab noch zwei Minuten, ich muss wieder durcharbeiten. Tod. 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 So, ich hoffe, ich hab jetzt Ruhe. Nein, da oben ist noch einer. So. Und jetzt hoffe ich, dass ich Ruhe hab. Nein, immer noch nicht. Scheiße. Ich bin, ich bin, ich bin. I'm going to kill you! Get this thing airborne! ... ... ... ... ... ... ... also bauen alles noch mal neu oder war wegen der kill wie dieser kacke da ich hätte es sogar alle gehabt wir haben keine zeit mehr gehabt das ist das problem alle gehabt na super weißt du in so einer kacke verlierst du deine mission weißt du die probleme jetzt alle weg gehabt ich hätte alle weg gehabt ich hatte sie auch alle die tüte hochgemussten und dann glaube ich wäre es durch gewesen die lande zerwischt jawohl ja fuck it alter jetzt soll ich den ganzen knack da wieder rumlaufen wenn ich unter zeitdruck geraten bin aber kein auto da doch naja man Das war mir schon klar. Das war mir jetzt sowas von klar, dass sie mir nach oben... Mein Gott, fahrt doch nicht wie die letzten Idioten, ey. Was ist denn, wir sind in GTA? Das ist normal. Eigentlich geht's hier wieder los. Das Problem ist, wir müssen da eigentlich nur hoch. Also habe ich mir ziemlich viel Zeit, zu viel Zeit gelassen beim... Ah, ist gut, da wissen wir jetzt Bescheid, weiß ich jetzt Bescheid. Ich muss jetzt erstmal wieder hier runter. Ich habe ziemlich viel Zeit gefahren, aber auch beim Fahren, beim hin- und herfahren. Scheiße, Mann. So, ich muss das Auto reparieren. Scheiße, Alter. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass ich das jetzt... Scheiße, das ist die letzte Mission, Alter. Eigentlich war es machbar. Ich hätte sie gerne geschafft. Wir verlieren halt quasi komplett die Mission, äh, die Links. Ja, ich meine, wir haben es zweimal probiert, ne? Wir sind zweimal böse verkackt. Beim ersten, letzten Mal sind wir sogar beim... Beim zweiten Versuch sind wir sogar bis zum Ende durchgekommen. Also wie gesagt, wir hätten es eigentlich locker gepackt. Gut, dann probieren wir es halt in der nächsten Folge nochmal neu. Bei Let's Play GTA 3 und dann versuchen wir es mal. Ich hoffe, dass wir es letztendlich schaffen. Die letzte Mission. Bis dann. Und tschüss. Bis dann.